Das sieht gut, oder? Ja. Warte, dann fahrst du nicht da langweilig. Na gut, wenn du das mit Behinderungen hast, dann kann man wahrscheinlich eh nichts darüber reden. Wieso ist hier dieser Reißverschluss so offen? War da irgendwas drin? Nein, oder? Nein, das ist... Das liegt ja hammergeil. Hast du das gehört? Tut tut, mach das auf die Tür. Mein, mein Süßen. Tut tut. Oh, oh. 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 Oh Gott! 8. 10. 10. 11. 12. 13. 17. 18. 20.